und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem kanal erklärungsnot meine wenigkeit ist der halloween und das ist das schöne spiel sankenland denn ich wurde darauf hingewiesen ich habe es gar nicht mitgekriegt dass ein neues update raus ist vom lieben thomas grüße gehen raus an dich natürlich und ja ist ein kleines neues update raus das haben sie einfach hier mit eingefügt das war gar nicht aufgefallen weil ich habe auch mal reingeguckt und da steht jetzt hier hotfix zu öffentlichen testzweig aber das hier habe ich nicht gelesen leider naja egal okay dann machen wir es jetzt nach langfristigen beobachtungen durch das produktionsteam hat das gezielte bauplan system nicht seinen zweck erfüllt die spieler dazu zu leiten alle orte zu erkunden stattdessen führte es dazu dass die spieler einige orte verpassten und in bestimmten spielphasen gegenstände fehlten was das spielerlebnis verringert das system der gezielten baupläne wurde nun vollständig entfernt und alle baupläne werden aus dressoren und fortschrittlichen forschungsschränken bezogen einige schlüsselgegenstände wie der armbrust wurden in die forschungsreihe verlegt okay also ein problem mit der falschen speicherung von elektrizität wurde behoben die regentage wurden reduziert jetzt machen sonnige tage 60 prozent des wetters aus so und das ist ganz wichtig denn ich habe das schon gesagt im letzten video ich frage mich manchmal echt ob die mir zuhören oder keine ahnung ob es vielleicht viele schreiben gerade wenn ich sorge oder ich weiß nicht mir ist halt auch aufgefallen dass die die sonnigen tage bedeuten weniger wurden na also du hattest ja sehr wenig schönes wetter ich persönlich fand das hat gut gepasst zum spiel weil gerade das gewitter und so weiter schlechte wetter ja das macht eben auch das ganze spielfeeling noch mal ganz ein stück anders und ja aber du hast halt kaum sonntage also die die solarzellen wollen nicht hundertprozentig einsatzbar jetzt haben sie jetzt geändert es ist 60 prozent des wetters macht jetzt sonnige tage aus und jetzt eher selten gewitter gut kann man schön finden kann man schlecht finden schreibt mal hin wie ihr es findet ich fand eigentlich so wie es war gar nicht so schlecht weiß es nicht warum das wieder geändert wurde aber mir ist halt einfach aufgefallen dass die sonnigen tage bedeuten weniger worden naja die kosten für einige artikel wie schwimmflossen wurden gesenkt okay ja schwimmflossen ist natürlich so ein ding das braucht relativ schnell denn ihr müsst ja euch schnell im wasser fortbewegen und deshalb macht das natürlich auch sinn ja gut ist immer schwierig wenn du anfängst bist wahrscheinlich froh drüber oder wenn du anfangen musst aber wenn du jetzt so in dem status bist wie wir es jetzt sind dass wir unsere alte welt benutzen konnten hatten wir sowieso genug ressourcen deshalb weiß ich nicht ob das jetzt für uns relevant gewesen wäre um konzepte zu vereinfachen wurden alle tierhäute einschließlich haifischhaut zu leder vereinheitlicht die machen sei nicht leicht mal zu lesen also das heißt es gibt jetzt keine tierhäute sind jetzt immer leder na also auch wenn du haifischhaut findest dann ist das jetzt leder okay wahrscheinlich gab es spieler die das nicht begriffen haben oder was ich weiß nicht keine ahnung also ich weiß nicht schreibt ihr auch gerne mal rein also ich weiß es nicht was das problem ist ich hätte ich fand es cool dass es haifischhaut gab und noch anderes zeug sport natürlich platz in der tonne beziehungsweise in der kiste ihr müsst jetzt halt nur noch stoff leder und eben ich nenne das mal strick reintun und habt jetzt keine haifischhaut mehr und demzufolge wahrscheinlich auch keine merlin haut mehr ja aber gut das hat es eigentlich ein bisschen spannend gemacht weil du eben noch mal die fische jagen musstest jetzt ist das völlig egal du kannst auch einfach so fast abbauen hast dann leder und kannst damit an das zeug bauen was hätte haifischhaut gebraucht ja wie gesagt ich weiß manchmal nicht ob manche änderungen zu geißen ich weiß auch nicht wer das sich gewollt hat keine ahnung ich nicht neunhalte wir freuen uns alle mitteilen zu können dass das energieversorgungssystem aktualisiert wurde leider sind die alten und die neuen energieversorgungssysteme nicht kompatibel das beim einloggen alle verbindungen zwischen generatoren und elektrischen geräten getrennt vorzufinden sind die maßnahmen war unvermeidlich dafür entschuldigen uns ach ne ach ne das ist gar nicht mehr neues ne ok das war das ok das dir geht es dann einfach mit dem normalen update war okay ja das haben wir ja schon gelesen das war das letzte mal ok hat mich schon gewundert weil ich habe mich erst eingeloggt und da war nix egal ja das ist auf jeden fall das neue hier die ganze sache und ok baupläne leute sagt man sagt man die kommentare wie ihr das findet also ich persönlich fand die baupläne nicht schlecht die ich gebe den natürlich vollkommen recht übrigens lange die gesagt liebe sankenland team denn das bedeutet dass mein video die baupläne jetzt sinnfällig ist weil es keine mehr gibt ja was soll's nach langfristiger beobachtung haben sie geschrieben also die haben sich das jetzt angeguckt haben gesehen oder wahrscheinlich beobachtet wie spieler spielen und haben halt festgestellt wie auch immer das geht festgestellt dass eben die spieler an den orten getaucht sind gerade durch mein video vielleicht jetzt nicht dass ich jetzt irgendwas zu sagen hätte aber ich meine nur sind halt viele spieler haben sich das die baupläne geholt nacheinander diese wollten und haben die anderen schauplätze nicht erkundet das ist nicht ziel des spiels ich persönlich muss ganz ehrlich sagen verstehe nicht wie man sankenland spielen kann und dann aber nicht die unterwasserwelt beobachten kann oder oder erkunden kann das ist der klunker und ich und auch der speedy sind der gleiche meinung das ist das was das spiel ausmacht und was das spiel besonders macht dass du unterwasserwelten hast ich meine inseln zum erkunden gibt es auf jeden scheiß auf jeden fucking survival crafting game das ist jetzt nichts neues aber dass du halt die unterwassersachen hast gerade die städte und so ich hoffe ich wünsche mir unglaublich dass das noch mehr ausbauen dass es höhlen gibt dass es irgendwelche systeme gibt wo du reinschwimmen kannst und so und dass du wirklich unterwasser ein bisschen mehr tauchen musst dass das fände ich eigentlich ganz geil ich hätte sogar cool gefunden wenn alle baupläne unterwasser gewesen wären auch für alle leute die mich jetzt dafür hassen aber ich finde halt einfach das macht das spielprinzip aus und du bist halt jetzt im moment überhaupt nicht mehr gezwungen überhaupt zu tauchen also du sagst ja warum soll ich eine tauerflasche bauen oder schwimmen flassen ich finde nicht dass das das spielerlebnis verbessert wenn sie die baupläne rausnehmen weil es gab ja doch einige unterwasser und da warst du gezwungen zumindest mal unterwasser zu tauchen so sagt sich jeder weiß was ich mache die großen inseln die haben ja jetzt mehr als genug loot du stellst den loot auf einen tag und da kannst du immer wieder looten und looten und looten brauchst eigentlich fast nicht mehr unterwassertauern also ja liebe sanken team ich weiß nicht ob das eine geile idee ist sage ich ganz ehrlich und dass natürlich vieles hinzugefügt wurde gut die armbrust gab es jetzt glaube ich schon eine weile ne armbrust war glaube ich doch armbrust war das glaube ich auch schon seit dem letzten update in der werkbank der forschungswerkbank ja und das mit der falschen speicherung der elektrizität das ist das was ich in dem elektrizitätsvideo gesagt habe dass ihr seht das wahrscheinlich vor dem anderen video weil ich habe ein bisschen was aufgenommen vor aufgenommen der klug schaltet das dann aber stückweise frei danke an dich grüße gehen raus und ja deshalb kann sein dass jetzt zuerst aber das wurde behoben denn das habe ich im video auch gesagt dass das nicht funktioniert also das heißt wenn ihr zum beispiel ein windrad baut dann hat das 0,350 milliampere stunden eine normale lampe die an die decke hängt die hat 0,0140 milliampere stunden das heißt 0,350 gegen 0,0140 müsste eigentlich positiv sein war es aber nicht ihr war trotzdem permanent im minus war egal weil ihr wenn ihr den ausgemacht habt habt ein bisschen gedudelt zwei drei inseln oder so und kann auch blitz und so weiter und so fort dann habt ihr so viel energie dort reingespeist ich war bei 60 oder 70.000 bin ich jetzt ich glaube naja ich bin nicht lügen ich glaube 60 oder 65.000 und da ist es egal ob er ein minus sei dass das kriegst du nicht leer sage ich mal wenn du da noch zwei drei batterien baust aber trotzdem hat es nicht funktioniert weil ich habe eigentlich genug eingespeist und war aber nie im plus habe ich nicht verstanden jetzt wissen wir warum es gab ein problem gut bin ich gespannt ob es gelöst wurde muss ich mir mal angucken weil eigentlich speisen die mehr ein als ihr verbraucht wenn ihr nicht permanent eure maschinen benutzt na so dann hätte ich es ja eingesehen naja okay werden wir uns auf jeden fall angucken und werden da bestimmt wieder ein kleines video dazu machen es wurde auch geschrieben dass angeblich der kisten trick wieder funktioniert dass es jetzt wieder ja es gibt oder so die eben beim looten nicht kaputt gehen was bedeutet ihr könnt ihr durchaus einloggen und wieder weiter looten also bin ich mir jetzt nicht sicher ob die entwickler das wollen eigentlich wurde ja gesagt dass sie das eben nicht wollen weil das das spielprinzip kaputt macht da bin ich auch voll bei denen da bin ich voll bei denen aber gut wir gucken sonst trotzdem an würde mich auch interessieren ich brauche jetzt nicht unbedingt da ich meine welt benutzen konnte habe ich genug ressourcen wie gesagt für alle die immer neu anfangen müssen bei jedem update ist es dann natürlich schon so eine sache ja kannst da nerven das müssen wir alle aber ansonsten brauchst du es eigentlich nicht unbedingt ne ja aber schön dass wir weitermachen ich bin gespannt was noch so kommt und danke auch immer dass er mich darauf hinweist dass es neue updates gibt weil wie gesagt das habe ich jetzt tatsächlich überlesen das war mir nicht bewusst dass das neues update raus ist auch im 4e erwartet wäre am 4 serוב steht ja am 4.11